So, es geht weiter mit Call of Duty 2. Wir setzen die Mission fort. Und was steht hier? 2. Dezember 1942, 10.25 Uhr, Stalingrad, Schnee, minus 20 Grad. Heute hat man uns angewiesen, die Stellung in nördlich der Sollechnaya-Straße zu verstärken. Meine Einheit hat seit dem Eintreffen in Stalingrad im September schwere Verluste erlitten. Viele starben bei der Überquerung der Volga. Noch bevor sie die Gelegenheit hatten, einen Fuß in die Stadt zu setzen. Ich habe schon vergessen, wie viele Feinde ich getötet habe. Aber ich bin mir sicher, dass es noch zu wenige sind. Private Vassilii Koslov, 13. Wachtdivision. Klicken, um zu starten. Demolierung. Stalingrad, UDSSR, 2. Dezember 1942, drei Blocks nördlich der Sollechnaya-Straße. Und wir gehen mal kurz in die Optionen. Ändern etwas am Sound. So. Weiter geht's. Wo sind wir hier? PPSH haben wir und eine SVT 40. Muss ich da jetzt weiterlaufen? Deutsche. Hey, da lebt der immer noch. Die Griechen schon am Boden, hier im COD 6. Verdammt. Oh, Granate. Weg hier. Die rennen alle direkt ins Ziel. Da ist noch einer. So, wo geht das weiter? Da. Noch ein Deutscher. Da hinten auch noch. Oh, was ist denn das? In den Arsch schießen. Oh, schon wieder Granaten. Da hinten ist noch jemand. Und da kommen schon wieder neue. Ich schätze mal, ich stürme auch mit vor. Ich stürme aber noch eine Mauer weiter. Da. Du stirbst. Was ist mit rechter Seite? Wow. Da muss ich mit dem hier hin. schon wieder eine Granate. Verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Nur Granaten hier. Ab einen. Weinde. Am Keller wende. Zürnde die Weinde. Na, bei mir bleiben. Bam. Im Herzgeschoss. Dann machen wir noch keinen Ärger mehr. Hey, Warte. Ich hab ein Geschenk für dich. Den hätte ich jetzt fast erschossen. Wow, dankeschön. Ach, dann geht's hier weiter, oder? Wie soll ich mir das vorstellen? Ich sehe sie mit B durch ihr Fernglas. Wo soll ich da genau hinschauen? Okay, hier lang genossen. Dies ist das richtige Zeichen, um euch zu ergeben. Nein. Aljoscha. Wow. Panzer. Was ist denn jetzt los? Beerdige ihn. Hier im Schnee. Der gute MP-Schütze. Naja, weiter geht's. Nein, werden sie niemals. Wir halten diese Position, bis Hilfe einblieft. Die erste Hilfestation auf der Solignaya-Straße zählt auf unsere Hilfe. Haltet die Linie, Genossen. Lass sie nicht vorbei. Okay, dann halten wir die Linie. Wir Genossen, wartet, bis sie ganz nah sind. Bis sie ganz nah sind. Wo sind sie? Für die Sowjetunion und unser umreiches Mutterland. Genau, aber wo sind sie? Verdammt. Da. So. Du verdienst noch einen Schuss. Verdammt, jetzt muss ich auch noch nachladen. Granaten. Verdammt. Da kommen sie auch. Nein, du hast meinen Freund getötet. Meinen Genossen. Was soll das? Ja, wir, die haben sich zurückgezogen und jetzt sind wir dran, sie zurückzustoßen. Ein Haus, das ist nicht schlecht. Und der ist tot. Und der. So, da hinten noch. So, nachgeladen. Und da sehe ich doch noch einen hinausklubschen. Bumm. So. Ach, verdammt. Jetzt habe ich so eine Zeit, in der ich wieder nicht mehr treffe. Bäm. Werdet alle sterben, glaubt mir, durch die Hand der Genossen. Ach, du lebst nicht mehr. So, du da hinten stürbst. Und, wo ist der Nächste? Da. Und. Verdammt. Und hier. Nein, hä? Komm, sein Kopf, treff mal. Bumm. 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 So. Und. So. Und so. Immer wieder ein kleines bisschen vorstoßen. Der stirbt auch noch. Und der, der ist viel zu offen hier. Überhaupt keine Deckung. Ich habe gerade zwei mit einem Streich getroffen. Zwar nur einen davon getötet, aber zwei mit einem Streich getroffen. So, ihr sterbt alle. Haben die da MG? Ja, die haben MG-Stellungen. Dann würde ich mal sagen, wir werfen eine Rauchgranate und auch noch Splittergranaten mit hinterher. Schnell hierhin. Schnell hierhin. Drrrt. Ja, die Rauchgranate hat es wirklich gebracht, finde ich. Ist hier noch jemand? Schnell hierhin. Nein. Nicht, mein Genosse. Oh, verdammt. Okay, wir sind gestorben. Ja. Das war keine gute Idee. So, jetzt wechseln wir auf diese Waffe. Okay, wir gehen in Deckung. Jetzt stürmen wir die aber. So, ich gehe hier rein. So, bam, 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 bam. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr umlegen. Oder vielleicht doch. Kommt da noch mehr? Verdammt. Verdammt. Hey, wo geht das lang? Ich schätze mal die Treppen hoch, oder? Hier kann ich nichts machen. Hier muss jemand kommen. Verdammte Deutsche! Sie haben sich auf den oberen Etagen verbarrikadiert. Sollen wir Sie nicht bitten aufzugeben? Ich frage Sie, wenn ich Sie in die Luft gejagt habe. Schafft mir jemanden, die Sprengjagten und hier raus! Wir brauchen Ihr Ohr, Pioniere! Ich habe etwas Sprengjagten. Ich fange hier drüben an. Auf dem, der ohne etwas Sprengjagten ist auf dem Weg. Holen Sie etwas Sprengjagten von dem Pionieren und platzieren Sie ihn dort, wo er etwas ausrichten kann. So, okay. In Ordnung, Genotte. Bringen Sie diese Ladungen bei den Hauptfreilandranden schnell! Deutsche! Einmal hier etwas anbringen. Jan, verteilen wir hier den Sprengstoff. Ah, wow, wow, wow. Da war eine Granate. Und hier. Jawohl, ich ziehe mich ja schon zurück. Du sollst nach hinten. So, ich soll genau hierher... ...zerstört es. Yeah! Zerstörung pur! So, geht mal mit denen um, Genossen. So, nicht anders! Sehr schön. Das war's auch schon wieder. Herzlichen Glückwunsch. Die britische Kampagne wurde im Missionsauswahlbildschirm freigeschaltet. Im Krieg gibt es keinen Ersatz für den Sieg. General Douglas MacArthur. Sieg. Okay. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, oder? Also, bis dann.